Mein Name ist Wolfgang Neu, ich bin Gründer, Inhaber, Geschäftsführer der Smart Test Solutions GmbH. Positionen der IT, die wir aktuell besetzen wollen, sind Python-Entwickler, Spezialisten, die viel Erfahrung haben im Python-Bereich, einen IT-Manager, der Tool-Einführung betreiben soll und einen Frontend-Entwickler, der Web-Entwicklung betreibt. Was uns einzigartig macht, ist, dass wir im Bereich der Brennstoffzellentechnologie in einem Wachstumsmarkt arbeiten und hierfür raffinierte Softwareentwicklungen betreiben. Ich denke, was unseren Mitarbeitern hier besonders gefällt, ist, dass sie ganzheitlich an einem Produkt arbeiten, nicht nur an einem Softwaremodul, sondern wirklich am Gesamtprodukt-Entstehungsprozess beteiligt sind und umfassend über das Produkt auch Bescheid wissen. Also wenn dich interessiert, was du jetzt gehört hast, dann drück doch einfach auf das Kennenlern-Quiz und schau, ob die Stelle dir zusagt. Wir freuen uns auf dich.